So Freunde, der Papa ist wieder am Stizzle und er lehrt erstmal seine Box da von seinem Premium-Scheiß Ja, direkt nach der Arbeit, nach getaner Arbeit erstmal eine schöne Runde Warrock Schöne Runde Carly Und schön eine Haufe Fresse kriegen Mal gucken, ob ich heute sogar vielleicht ein paar mehr Folgen aufnehme Äh, weil wir aber nicht gucken, wie das Wetter ist Ja, das war auch Wetter Mal ganz entspannt hier, so zum Abreagieren hätte ich fast gesagt Obwohl ich glaube, das war auch kein gutes Das war auch kein gutes Game für Ay Karamba Also die Nade, ne Die war schon krass Wer hier geblieben Wieder von mir weglaufen Mal noch mal ein bisschen Bisschen abgehen Haben mir schon wieder fast mein Leben gekostet So eine dusselige Nade Ja, ansonsten ist ja bald Weihnachten, würde ich sagen Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf Gibt's natürlich auch noch Eine Special-Folge, denke ich mal Das gibt es nicht Wenn der mich gekillt hätte Gleich getilltet Was soll ich mich hier nicht wegfinden lassen? Ja, das war jetzt eher so Zwei von zehn Ja, letztens ist dem einen oder anderen Vielleicht mal auch noch mal In der Rolle bei Elfiel hochgeladen habe Leider war wieder die Todespur so im Arsch Dass ich, ist mir aber erst beim Als ich die schon Oh Leute Als ich die schon veröffentlicht hatte Ist mir das jetzt aufgefallen Seitdem bin ich noch nicht wieder dazu gekommen Was Neues irgendwie aufzunehmen Oh guck, der kommt da mal durch die Wand spazieren Aber ich denke Ich schaffe da am Wochenende spätestens auch noch mal Vielleicht sollte ich auch echt mal ein paar mehr Folgen im Petto haben Aber ich denke mir dann Dann gehen mehrere Folgen in den Arsch Alter, dann rege ich mich ja richtig auf Also das Qualitätsmanagement Muss ich bei mir noch mal so ein bisschen verbessern Weißt du mich dann nicht killen? Das ist dann schon schwer Okay Freunde Aber ganz ehrlich Ich mache das ja nur als Hobby Ich mache das hier jetzt hier nicht Elbprofessionell Ich verdiene da kein Geld mit Darf das auch immer passieren Was ist der geil, der ist da Ja Das war zwar scheiße von mir Aber es gibt immer Einen, der ist immer noch schlechter Ist immer so Na er wieder, der durch die Wände läuft Der war doch schon im Schacht Der war noch nicht im Schachtbohrer Ja, erste Runde Da darf das passieren Ei Wir haben jetzt Wir haben jetzt drei Runden gewonnen Das ist jetzt die vierte Die wir gewonnen haben Ach, wir spielen hier schon drei Tage Man kann das ja lieben Und man kann es hassen Aber das war gerade Nicht schön I got banned Die beiden, ne? Das sind auch Voll Schnuggis Aber da hat er aber schön gedeckt Da Natürlich bitter, ne? Ach, lol Der ist ja echt hochgekommen Ich hasse Stamina, ne? Das ist auch so eine Sache, die ich hasse Warum? Doch dumm Ich bin jetzt auch vorausgegangen, dass der Richtung, Richtung Flugzeug läuft Oha Was machen wir? Ja, schwierig wieder hier Jetzt schieße ich mal zuerst So sieht es immer aus Kann ich auch So Der sitzt also bestimmt schon wieder mit einem Pfützen Oh, ne Der ist gar kein Ingenieur mehr Oh, da habe ich die Tür Hört mal vor Ich bin dann Scheiße Oh 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 Eh! Ja Oh 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 Warte, jetzt kommen wieder welche Tram Riechig Die Frage, wo sind die schon? Ist das schon einer oben? Da ist noch keiner oben Da ist gar keiner, siehste So ein GPS habe ich Ja ist ein altes TomTom von 2003 oder so Die ersten Modelle Da war der Vogel Los Vogel los Ah shit ey Relativ wenig Schreibverkehr hier in diesem Raum Begrüße ich Wenn wir so getittet sind, sollen sie halt einfach aus dem Raum gehen Fertig Wo sehe ich das? Ich brauche nicht jedem schreiben, wie schlecht es mir gerade geht Aber Oh shit Das ist schon scheiße, wenn man alleine spielen muss und die anderen wieder alle campen Tut mir für den Crazy Gunner euch ein bisschen leid Tut mir für den Crazy Gunner euch ein bisschen leid so Ach come on Er hat nur darauf gewartet, dass er mich da hin und her rollen hört Aber meine Meine Mitspieler sind ja nicht viel besser, ne Dass ich das hier schon wieder so angucke Der hat sich Hat der Der hat sich nur von Von dem Schreibtisch Bis zum Bis zu dem Vorsprung Vorbewegt Weiter ist er noch nicht Gekommen Der M Corec Was ist los mit dir? Aber eine geile Christmas hast du Ach die hat er auch im achten Slot Ah, ein ganz schön Ein ganz schöner Stecher hier da, wa? Unser Stecher Wir haben schon wieder 10 Minuten hier auf dem Tacho So nochmal Ah der kommt von Der kommt von hinten Der wieder den Das hat er jetzt nicht gehört Ah der ist tot 3 2 1 Verkackt Ah ist das geil, war auch immer Spaß Beim Engineer, ne Camter Wenn ich da durchlaufe, ärgere ich mich wieder, dass ich den 14 gelaufen habe glaubt Ich werde sagen also 1 1 2 1 2 4 1 2 2 Adrenalin ist der Key To Victory Keine Ahnung, wo der ist Der ist hinten Treppen, wa? War das gerade oder habe ich geschirrt? Ich habe geschirrt, der ist hinter mir Ach come on, Alter Er war noch in der Rolle, ey Alle sind ganz gemütlich hier Mach noch eine Rolle spielen Mach das Game doch endlich zu hier So, Mario ist ein Prozess Ich habe keinen Bock mehr drauf Die sind Kindergeburtstag hier So nehme ich Nehmen wir auch hier mal die Dingenschütze Hat aber einen geilen Klang Also der Klang von der Farmers Das ist schon Da fängt mir das Ohr an zu jucken So geil ist das Hier, zack 500 XP 5000 XP Mal so Zahlen lesen können Ja, das ist auch nochmal wieder runter Also Kali macht ja einfach Spaß Also Hashtag einfach Spaß Find ich toll So, Punkt Aus Oh, der steht aber ganz schön wie dem Sack Ah, hier wird, äh, also, ja Hm Ich möchte doch erstmal Sold anfangen Gucken, gucken, wie es ist Okay, die sind alle Sold, alles klar Keiner gibt Server Alles klar Oder ich bin blind Auf alle über Treppen Ne Eine Mettwurst ist nur in der In der Base Habe ich auch gerne ganz genau gehört Hier Sehen wir doch nix Was ist jetzt denn ernst? Was ist hier los? What? Da sitzen zwei Leute in der Base Habe ich so auch noch nicht gehabt Also ebenfalls in den letzten 100 bis 200 Spielen nicht Very interesting Interesting Junge, der ist Treppen Oben Eikarambay Hm Der ist noch in der Selbstfindungsphase Aber ich glaube Selbst da findet ihn der Gegner eher Eik Versichtlich verwirrt Oh, Heimat, ey Mein Pse Jesus Das ist aber echt am Stoddern Achso, jetzt kommen die wieder alle rausgesprochen, oder was? Okay Okay Die Alles klar Dann kann ich hier bedenkenlos meine Farmers auspacken Und das geht nämlich ganz fix mit dem Ding Ohne wir jetzt so viel Glück wie ich gehabt hätte, wäre die da hängen geblieben und die Kackpitz sehe Weg Spielen aber schon passives Spiel, muss man ja mal so sagen, ne? Oh mein Gott Das Ding ist halt hart, ne? Also da drücke ich auch mit So, wo ist denn schon das Schaf? Hä? Junge, der muss doch wissen, dass ich da durchgelaufen bin Verkackig 100 Pro Oh mein Gott, der stellt sich da einfach hin Let's go! Oh mein Gott Scheiße Ich hab schon gemerkt, war am Anfang vom Schießen, dass ich das verkacken werde Ich glaub das war mal Ja, war ja mal ein Megakacker Watt ne Runde ey Watt ne Runde ey Watt für ausgeglichene Teams Watt n Bullshit Echt der Wahnsinn ey Oh, mehr Räume gibt's schon wieder nicht? Ja, ich wollt noch eben einen, einen abschließenden wollte ich hier noch eben Boah, da will ich mich ja so aufregen über die Kackmap, ne? Komm, wir spielen doch mal eben eine schöne Runde los, Temple Bobblehead What the fuck ging er da? Oh mein Gott 300 Kits Jawollski, das wird ne lange Folge, Freunde Ach man, der hat mich gesehen Och man, der hat mich gesehen Oh, der hat mich da mal durch die Wand durchgebracht, aber ja Aber die Pings sind schon mal wieder nicht, äh, die Besten hier Boah, man bleibt ja überall hängen, ist das tilten Kannst du zum Beispiel so ne Sachen, warum bleibt man da hängen? Aua Ja Warum sind die Wände so, dass man da drin hängen bleibt? Ja, ja, oh, oh, oh Woah Entschui, Medic däm Oh Doch So Ich hab keine Fräse gekriegt Euiuiui Hast du dir ne Fräse gekriegt? Ich habe das Gefühl, das wird auch viel zu lange Ich mache noch mal zwei Kills Gehe ich mal eben auf eine 2er KD Oder drei Kills Ich hoffe, dass es klappt hier Ah, ich lebe noch Der leckt auch so Ne, komm, das dauert zu lange Wir suchen noch eine vernünftige Runde hier Da kommt wieder keine Säure an Hier, zack, eine Runde, gar nicht nochmal Hier ist auch wieder geballte ESL-Power Wie sagte dir, mit den Premium-Wachen Kiki, selber kein ESL-Player, aber alles gut Ach du Scheiße, ich hoffe, dass ich auch nicht mehr Ei, 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 die klingt aber gut, ne? Oh Gott Au Ja, das wird natürlich eine anstrengende Runde, ne? Das ist wahrscheinlich alles zu gemehen Oh, shit Oh, shit Hat er denn nicht eine Sekunde ja killen können? Ich könnte hier Ich nehme das die Waffe für den Süßhause ab Ich nehme das die Waffe für den Süßhause ab Ich nehme das die Waffe für den Süßhause ab Huch Ich bin jetzt von zwei Seiten, wenn ich hab geschossen, oder bin ich blind? Blind, blöd, blöd, blind Und natürlich der Waffenwechsel ist halt natürlich nicht so geil, ne? っと zum 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 am zum 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 Wow Das war unlucky for me Oh Das war halt nicht so gut Das war nicht so gut Hä? Wir sind doch noch oben Ach come on Ne, Viech Mein Team Los, macht mal was Übelst Ach man Ich weiß ja, dass die andere dann direkt hinterher springt Ja, das ist halt 7-1 Ja, schade Hat er ein Team gehabt, wäre es easy gewesen Alles klar, in dem Sinne, auf wieder 10 Tschüssi Ja, schade ein paar Mal Und das war ja, ja, das ist starb player, ich weiß ja, das ist halt sah Nee, wie kann man das nicht hier sein, oder? Ja, wie kann man das nicht schade sein? Ja, schade er enables mir die andere dann hier zu Ninja